Der Weihnachtsmann in Amerika kommt erst am ersten Weihnachtsfeiertag zu den Kindern. Die Landebahn, wie ihr seht, ist präpariert und er wird in Kürze mit seinen Rentieren und samt dem Städten hier bei uns in der Straße landen. Die Kinder freuen sich, die Geschenke sind bereit und der Santa Claus lässt sich ein bisschen Zeit, denn er hat ja sehr viele Kinder zu besuchen und schon geht es auch weiter. Aber wir haben ihn gesehen, wir haben uns gefreut. Weihnachten ist da. Weihnachtsmann. Wow, they're getting ready. We got a lot to do. This is the early stock. Hi, India. Thank you. Merry Christmas. Hi, India. Merry Christmas. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Ho, 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 ho. August 20. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Untertitelung des ZDF, 2020